ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Eben, habt ihr nicht das Gefühl, es plätschern manchmal einfach so vor sich hin? Wie den Fluss da? Ab ins Meer, der Weg ist klar, alles kommt so, wie es muss kommen. Aber manchmal kommt ja anders, als du denkst. Eben nicht, Frau Schrupatelli. Das kannst du gar nicht gross beeinflussen. Und dann bist du zack, alt und nichts ist passiert. Jeder Philosophe, du. Besser fräsele, främsele, du. Merci. Direkt recht, Frau Schrupatelli. Geniessen wir es und mal ein bisschen Bein strecken. Oh, exküsele, könnt ihr nicht aufpassen. Löt auf! Geht schon aus. Hey, der... Hey, der Fahne! Was machen wir jetzt mit dem... Moment! Aber kannst du doch nicht einfach... Ja, la go mio! Was sage? 16 Uhr, Münsterplattform. Wenn du mich noch einmal sitzen lässt, dann ist endgültig Schluss. Jasmin. Blöd, oder? Komm! Ja, wo eine weiterritze? Finde, Signore, wo hände ich, ich fucke wegge. Sonst... Arrivederci, Jasmini! Gang, gang, gang! Hänge! 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 Das habe ich gesehen, das finden wir nie. Aber vielleicht hätte ich einen Murat den Jasmini und jetzt einen Scheissdreck. Und das nur, weil ich die Beine ausgestreckt habe. Kommt Frau Schopatelli, vielleicht können wir sie wieder einrecken. Wo du? Möchtest du eine Plattform? Heute Jasmin sollte ja hier am 4 Uhr auftauchen. Aber nicht wissen, wer Jasmin wäre. Vielleicht sind wir sowieso schon zu spät. Wartet, das wird sie sein. Nicht mal 15 Minuten warten und schon an der Guss. Jetzt hörst du, Jasmin! Das ist nicht hier! Oh, hier! Ist er nicht hier? Das wollen sie auch nicht mehr. Hey, das musst du nicht platzieren! Du musst den! Fortspicken! Ich gebe den! Voilà! Ja, aber jetzt sagt er unsere Kugel vorgespickt. Ja! Sein Handy ruft! Hallo? Nein, ich bin nicht der Bubeli. Sie sind Jasmin. Ihr seid Frau Fritschi. Hey, der ist nicht da. Aber ich habe das Handy von eurem Sohn gefunden. Könnt ihr mir seine Adresse geben? Dann bringe ich es ihm zurück. Ich rufen mich zurück. Ich rufen wie eine Moore. Ist er niemand da? Das ist ein Scheiss-Dreck. Vielleicht kommen wir noch da rein. Das ist das Fenster offen. Helfe mir mal. Mal! Oh, wie sie sicher tun? Gatti-Morling, Frau Schuppatelli! Guba, Frau Schuppatelli! Guba! Ja, denn? So, denn? Oh! Bist du hier drin? Ja, ja, tipptopp. Tuch auf. Sitzen gut. Der wohnt gar nicht schlecht. Guba, du! Sicher. Du! Hat ein Samenbad gehabt? Wie ist er abgedüse? Furt, Bubli! Ich glaube, ich weiss, warum. Ich habe den Papierkorb gefunden. Schon... ...weider... ...schon wieder hast du mich enttäuscht. Jetzt ist aber endgültig Schluss. Jasmin! Jasmin! Komm, du! Das hat der nicht verdohlt. Der stört rein, du hättest nicht drüber. Und nur, weil du scheigestrickt. Ich habe es ja mit extra gemacht. Ich habe mich jetzt hier zurückgerufen, am letzten Anruf, den er überkommt. Ist ein Fudi einfach. Es ist ein Menü. Und dann geht ein Vendungen. Und dann geht ein Anrufenprotokolle. Fritschi! Fritschi! Isali! Woher verweist euer Sohn, wenn er Liebeskummer hat? Was ist los? Also, es ist ein Sohn... Ah, mein Arm, Bubli! Wir höcklen hier an die Ahren und... Ich habe meinem Bubli immer gesagt. Die Jasmin ist nichts. Für den nichts, nichts, nichts. Ich stricke die Beine aus. So! Und zack! Jetzt hat der Bubli an den Boden geschnetzelt. Ist ein Fäuer für die Fresse, kein jeder Bubli! Und jetzt ist er weg. Einfach so. Wegen der Frau. Dabei hatte er doch immer seine Mama, die gesorgt hat für einen... Fritschi! Mama! Albertli! Ich bin das sehr matt für ein paar Tage. Ich musste weg. Weisst du? Albertli! Bubli! Mach dir keine Sorgen. Ah ja! Und probier mir nicht anzuläuten. Ich habe das Handy verloren. Weisst du? Tschüss! Oh, mein Bubli! Oh! Hört mal! Bubli! Aufgehängt! Warum hat er ihm nicht gesagt, dass die Jasmin nur wegen einem Missverständnisschluss gemacht hat? Die sind die Schuld. Die haben das Leben von meinem Sohn durcheinander gebracht. Keine Angst, das bringen wir schon wieder in die Ordnung. Er sollte doch morgen arbeiten gehen. Er hat ganz einen strengen Chef. Er ist eine ganz furchtbare Person. Haha! Ganz furchtbar! Die schmeisst ihn nicht raus, wenn er morgen ohne Exküsse nicht erscheint. Was arbeitet er denn? Der Albertli ist Pösteler. Aha! Hallo? 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 Ja, wer haben wir? Das ist doch kein Sachsenpösteler. Das habe ich mir im Griff. Es scheint etwas Kostbares zu sein. ...weil hat ein bisschen abgerissen. Pulsier-Dirma. Pulsier-Dirma. Pulsier-Dirma! Das ist doch ein bisschen zu schreffen. Vornein! So, läuft der Lader. Oh. Excusé. So. Da. Halm! Das ist 31.19 Uhr. Das ist dem Feuzis Revier. Dann nehmen wir auch diese hier. 30.98. Du befällt, das ist die Fritschi. Der ist ja gut. Sagt dir mal, wer seid ihr eigentlich? Iseli, ich springe eine Ebene für Fritschi. Oh. Da sind noch ein Paar falsch, sortiert. Aber du könnt doch nicht einfach 30.98. Grossmatz und 31.05. Kübisecke tun. Ja, dann tun wir halt 31.05. Kübisecke. Aber dort ist 30.44. das Geschützlispacht. Ist doch. Aber der ist 31.19 Uhr. So. So. Wenn man da nicht alles selber macht, dann kommt es nicht gut. Da haben wir wieder einen Taubenfelder. Das ist letztes. Wenn es doch hier ist. Das ist noch eine Bübisecke. Dann kommt es nach hinten. Voilà. Die hier sind auch noch nicht gut. Das gehört hier rüber. Voilà. Jetzt nehmen wir es nicht langsam. Dann haben wir hier den Schützlispacher. Die kommen hier hinten. So. Das ist ein Schützlisch. Und hier haben wir noch die Taubenfelder. Das ist alles für den Jüngeren. Und dann hier haben wir immer gesagt, dass es kommt. Wo ist der Fritschi? Antworten. Sofort. Der ist für ein paar Tage verhindert. Und weil er so eine Räsechefin nicht hat. Mache ich den Job. Sonst wird er von denen auch entlassen. Der Fritschi wird von mir nicht entlassen. Verstanden? Ah. Und ihr seid die Räsechefin. Unter eurer Bedingung. Wir hören sofort auf das Arschaffen. Klar. Frau Iseli. Ich bin die Zermatte jetzt. Wo ist der Matterhorn? Wie ein Mord. Wo du? Ich bin hier nochmals beim Fritschi. In der Wohnung. Vielleicht finden ja den Namen und die Adresse dieser Jaseine. Und ihr. Hat ihr schon eine Spur vom Buben? Viele Leute fragen, ob sie den Buben sehen. Aber nicht verstehen, wie eine Schnurre da. Hör sie, du. Ich habe gerade zwei, die Wille. Was willst du jetzt genau wissen? Was sage ich? Ähm. Also, kann ich es nochmals haben, bitte? Hör sie mal zu. Ich weiss Gott nicht den ganzen Tag die Zeit. Das wäre ein Schnurres. Komm, sage ich, was es geht. Gott will nicht. Hör sie mal. Hör sie mal, Frau Schuppatelli. Am besten befragt ihr den Cocktail nachher. Das ist es doch. Jasmin Sutter. Und ein Foto hat es auch noch dabei. Dass Jasmin ausgerechnet in Genf muss arbeiten. Ja, du. Und der erste noch bei Runo. Und der erste noch bei Runo. Eiserli. Habe ich gefunden? Habe ich gefunden? Ist er da? Jetzt viele Grüße sagen. Nein. Was will er ihm dann erzählen? Wir dürfen uns da nicht direkt einmischen. Wir müssen nur mal schauen, dass sein Leben wieder so ist wie vorher. Dann sind wir ihm schuldig. Aber was mag ich jetzt? Beobachten! Nicht aus den Augen lassen. Bis Jasmin in die Zermatt eintrifft und ihn halt dort trifft, weil das Bär nicht geklappert hat. Hast du ihn gefunden, Jasmin? Ja, sie arbeiten als Dolmetscherin bei Runo in Genf. Morgen schaue ich mal, dass sie irgendwie in das Uno-Gebäude kommen. Wenn ich sie nachher auf die Zermatt locken kann, das weiss ich auch nicht. Aber mehr Sorgen macht mir diesen Fussball-Match. Was Fussball-Match? Frau Fritsch hat mir angerufen und gesagt, dass ihr einen Buben morgen ein Match sollte leiten als Schiedsrichter. Jetzt habe ich halt einen Ersatz organisiert. Super, Frau Iiseli. Wer macht einen Schiedsrichter für Wuppeli? Die alte Pfunde. Morgen, Viseria! Ah! Ui! 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 Halt! Ja, sie, sie haben ihm den Ball vorgenommen, gehen sie ihm sofort wieder zurück! Ui! Weiter geht's! Hey, noch einmal! Ja, da kann er nicht hinspielen, da ist das Goal! Die Strafe müssen zuerst lernen zu schützen. Hey, nochmal! Häsi! Wollen Sie den Ball nur für sich selbst behalten? Die anderen wollen auch mitspielen! Und weiter geht's! Musik Isali, vom Beratungsausschuss für das Kontrollorgan über die Plenarsitzung. Für die Programmierungsplanung bereich Austauschverfahren. Interessant. Aber da ist es nicht, wo Sie bei dieser Saal-Dulmetscher-Kabine. Oben. Da ist auch nichts. Ah! Da drinnen höcheln Sie. Offenlich kommt es gut mit der Pfund als Schiedsrichterin. Gehen Sie auf den Platz! Weiter geht's! Stopp! Foul! Sie haben rückwärts gespielt! Dort müssen Sie spielen! Dort müssen Sie machen! Dort keiner mehr! Freistaß! Halt! Stopp! Der schiesse ich selber! Der schiesse ich. Halt! Wie lange. Der schiesse ist. Der schiesse Hüter. Der schiesse ich. Der schiesse ich. Das ist jetzt. Der schiesse ärger. Ich bin drin, Frau Schrupatelli. Was macht ihr? Ich steige die Macheron auf die Stücke. Auf die Blätter, wer weiss. Was macht ihr? Du sollst sagen, immer bei Buffeli bleibe. Frau Schrupatelli, ihr kennt den Plan. Zieh, zieh. Bis nach Hause. Lassen Sie mich noch eines sagen. Gerade bei dieser Thematik ist eine globale Betrachtung an ... Hier sind die Dolmetscher-Kabinen. Letztes Jahr haben wir ... Ja, das ist es. Pronto! Es ist soweit, Frau Schrupatelli. ... in dieser Frage hervorgehoben werden. Was machen Sie da? Das ist noch ein interessanter Job. Jetzt müssten die Mannöckle da unten alle übersetzen. Ich bin überzeugt, Herr Ban Ki-moon wird diese Meinung teilen. Schon seit letztem Jahr haben wir genau diese Situation. Was sind Sie? Iserli, das war vom Unterausschusskonferenzkomitee Planung, Sekretariat. Ihr solltet dringend ans Telefon lassen. Aber ich kann jetzt nicht weg. Was ist das hier? Mo, Mo. Sie haben gerade Pause. Ich habe den Hörer neben das Telefon gelegt. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Das ist nicht sowieso irgendein Buch aussieht. Ich erzähle doch irgendetwas. Was ist die Verantwortung in dieser ... Jasmin Souto? Buongiorno! Didi Commissar Uno von Italia. Signorina Jasmin, morgen ist eine Konferenz. Ui, ui, ui! Morgen ist eine Konferenz in Sermatt. Ui, ui! Mache die tolle Mäsche. Morgen? Morgen war mein Freitag. Nein, nein! Eine Konferenz ist sehr wichtig. Dann sind wir alle 12. Hotel ... Ah! Hallo, ist etwas passiert? Nein, nein. Ich bin nur gerade ab und stürze. Echt? 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 Timo! Liebe Uno-Mitglieder! Statt ständig nur Mumpets zu verzapfen, schreiten wir nun zur Tat. Ich serviere Ihnen jetzt ein Friedensmenü. A la mot du Chef! Alle Armeen werden abgeschafft, die Nahrung gerecht verteilt ... Hallo! Also, alle 12. Hotel Matterhorn. Si, ciao! Wasser isst für alle da ... Was soll das? Ich bin da schnell eingesprungen, ich habe übersetzt, also frei übersetzt. Rausse! Ich bin schon weg. Unmöglich, getan. Prinzipiell nicht machbar. Ich möchte ab ... ... ... ... ... ... ... Rup! Also, Frau Schrupatelli, am 12.00 Uhr ist sie im Hotel Matterhorn. Jetzt müssen wir noch irgendwie den Buben durch den Mannövrieren. Wo ist der im Moment? Jetzt möchte der Beikertouren über den Stocken und den Steinen wie verrückt. Ist ja noch schwierig, beobachte du. Dranbleiben, Frau Schrupatelli. Komm, ich bin unterwegs. Ich bin jetzt da gerade in der Gegend vom Schloss Champignon. Äh, Chillon. Dranbleiben. Dranbleiben. Dranbleiben ist sie gut, du. Dranbleiben. Dranbleiben ist sie gut, du. Äh, 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 äh. 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 Isali. Frau Schrupatelli. Ich bin dranbleiben. Ich bin dranbleiben. Ich bin dranbleiben. Aber wir machen viele Sport. Ich bin dranbleiben. Ich bin dranbleiben. Hier ist es 12.00 Uhr. Die, die? Das klappt so. So, ich bin bald auch. Lass mir etwas einfallen lassen. Bis später. Frau Sutter-Gieseli, wir kennen uns. Aber nicht Sie vom UNO-Oberausschuss. Der Oberausschuss für den Zwischenbericht des Nebenausschusses. Wir haben hier ein wenig Probleme. Es sind noch nicht alle Konferenzteilnehmer eingetroffen. Bleibt einfach sitzen. Da hat er etwas zum Lesen. Ich halte ihn auf dem Laufenden. Frau Schrupatelli, Jasmin ist präpariert. Wie ist es mit dem Buben? Fertig, Sport. Grazie, grazie. Jetzt die Gasse hochlaufen. Super. Dann schicke ich Jasmin runter. Eiselchen vom, ähm ... ... vom, ähm ... ... vom, ähm ... ... vom oben neben unten zwischendings. Ich weiss ... Wir hatten in der Viertelstunde ein Informationsmeeting. Unten beim Hotel, ähm ... Laufen Sie einfach die Hauptgasse ab. Sie finden Sie das schon. Frau Schrupatelli! Hallo! Viele Grüezi, Frau Iseli! Wo, Jasmin? Die kommt jetzt gleich da die Tür ab. Und der Bubeli ... Super. Dann müssen wir nur noch warten. Und er macht's zack. Jetzt der verschwunde Bubeli. Und da kommt Jasmin. So, wir gehen nicht zack. Ah, kommt er wieder raus. Hefe! Aber wo geht jetzt die andere hin? Ja, das glaube ich nicht, du. Jetzt kommt's gut. Jetzt ... Nein! Schau jetzt! Wo ist denn Bubeli? Wo ist denn Bubeli? Jetzt ist er schon wieder mit. Überkommst du Hefeeli, du. Mann! Ist die Tomaten rauf in den Augen? Ei, ei, ei! Musst du schauen! Dort! Ah, jetzt ... Nein, das Kalt ist im Kopf nicht raus. Hässt du die Tomaten rauf in den Augen, du? Gseht nicht nichts, oder? Vorhin macht den Tag, oder? Nur Schöfufele, oder? Gsehts? Nein! So, jetzt ein Segenbubeli, wo Jasmin ist. Nein! Wir dürfen uns da nicht einmischen. Die müssen sich zufällig begegnen. Uns darf's gar nicht geben für dich. Jasmini! Kuckuu! Jasmini! Zutti! Bubeli, komm! Biss so gut! So! Jetzt noch klein dort, und dann hast du die ... Nein! Warum nicht schauen? Warum nicht sehen? Was wollen wir denn sagen? Dass wir das Treffen eingefädelt haben? Nein! Das muss für die beiden so weitergehen, als hätte es den dummen Zufall mit dem verlorenen Handy gar nie gegeben. Die begegnen sich jetzt halt einfach ein wenig später, was sie dann daraus machen. Das ist dann ihr Pirat. Dann bin ich dann nicht mehr schuld. Das Problem ist, ich hätte nicht mehr gesagt. Jasmini! Guckuseli! Oh! Die übernehmen den Bubeli, ich Jasmini! Hallo! Hallo! Hören Sie, Frau Ausschuss! Hören Sie! Was mache ich hier? Das ist eine gute Frage! Was machen wir hier? Woher kommen wir? Woher gehen wir? Philosophisch sehr interessant! Sehr interessant! Ich meinte, ich gehe hier an die Konferenz! Konferenz! Ist abgesagt worden! Konferenz-Teilnehmer sind im Stau bleiben stecken! Es tut mir leid! Iserli! Hei mir den Gacko, du! Der Bubeli hat den Taxi bestellen! Wollt ihn weg! Verstanden! Wo wollt ihr hin? Spazieren? Oder ist noch etwas? Aber nicht zu weit! Wir haben das Taxi bestellt! Das ist richtig! Also! Und was wartet ihr? Ich meine... ...bitte sehr vom Bahnhof, bitte! ...bitte sehr vom Bahnhof, bitte! So! Kenne ich euch! Nicht, dass ihr wisst! Wo seid ihr die Taxi-Uhr? Da! Der ruft nach fünf Minuten, dann kostet es fünf Franken! Voilà! Aussteigen, bitte! Das ist aber nicht der Bahnhof! Aber mein Taxi ist der Fus ausgegangen! Sagen wir drei Franken, bitte! Zu mutig fast! Maggezeck! Ich glaube es! Albert! Jasmin! 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 Was machst du denn da? Und du? Kommt, wir gehen Frau Schrubatelli! Das geht uns nicht mehr! Ja! No, no! Jetzt isch spannend! Weil wir machen! Warum bist du nicht nach meinem SMS gekommen? Was für ein SMS! Ich habe mein Handy verloren, weisst du? Albert! Das kann doch kein Zufall sein, dass wir uns da begegnen! Egal! Ich will gar nicht wissen, wie das rauskommt! Mein Job ist erledigt! Ich habe sie getroffen! Und ich bin ja nicht mehr die Schuld! Sollen machen, was sie wollen! Frau Wieselli! Viele Hallo! Noch ein bisschen relaxen, du! Ja, ja! Das Leben ist schon verrückt! Plötzlich macht es zack und alles kommt ganz anders! Was? Wie ist es weitergegangen mit den beiden? Hast du es eigentlich nicht mehr wissen? Genau! Sind sie es ein bisschen näher gekommen? Ist sie scheisse, gell? Hast du es eigentlich besser nicht mehr wissen? Also, erzähl doch Frau Schrubatelli! Frau Schrubatelli! Jetzt sind sie, sie sehen wir wieder! Hey, viele Gussle-Macken! Hey, Schmusle, Ding, Schausen! Und so ist er, tippidoppel! Der ist ja gut! Hey! Die! Hallo! Oh, hallo! Gerne geschehen! Geh, sei dack! Uuuh, Eppeli! Hatsch! Ich weiss Gott nicht den ganzen Tag die Zeit! 30, 44, schön schliess gemacht! Pfff! Jetzt geht's Gott nicht! Nein!